Aber... Die ist schon echt geil. Die habe ich manchmal mit Multiplayer immer gerne gespielt. Aber jetzt weiter. So, du gehst dich an dieses MT und machst unsere Flo... ...Freundeplan. Gott sei Dank habe ich die jetzt überfordert. Nein. So, jetzt werfe ich mal alles in diese Bunker, was ich habe. Auch mein Stolz! Auch wenn ich ihn nicht habe! Nee. Nur Spaß. Äh... So! Jetzt aber mal! So, und jetzt muss man wirklich ganz langsam vorpirschen. Beide Knallen nachgeladen. Schön. So, und jetzt zum Rest nur noch ein bisschen zur Hilfe. Was machst du denn? Was machst du denn? Huch jetzt von einer Granate weg. Kann ich absolut nachvollziehen. Dropshot! Ja... Nein, 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 nein! Ich will ein paar YouTuber verarschen! Obwohl es es noch gar nicht zu einer Zeit gibt! Wirst du mich dafür schon umbringen! Ja... Also das Teil ist stark und... Meiner Meinung nach ziemlich wenig... Also ziemlich mit Munition sparen! Wenig Verschwendung! Oder ist es nur mit einem Spaß am Umgang mit der Munition? Was natürlich auch sein kann! Ich bin ja nicht so etipetete! Alter, da kommen sie noch! Fällt's nicht verrecken! Lieber... Lieber einen Schritt zurück als 5 nach Bohr! Äh... Ne, lieber ein... Bitte! Danke! Ich liebe dich! Ich liebe euch alle! Alle, die mir ermöglicht haben, durch diese Granate nicht zu verrecken! So, weiter! Ich sehe Kommunisten! Ja, du siehst uns, mein Freund! Du leitest den Ansturm! Ich leite den Ansturm! Habe du das gerade auch gehört? Und hast du das auch gehört? BLEI- BLEICHER! 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 Ich nenn dich einfach mal Meister Popper! Als Bleicher! Hä? Wollen wir mal ne Granate! Und n Molotow! Doppelt sicher! BAM! Panzerfaust! Okay! So wie ich sie mit der Bazooka erinnert ihr euch noch auf dem Flugfeld? War es auch ganz ähnlich! Und auch zwei Schüsse machen den deutschen Panzerplatz! Von heute! Die deutschen Panzer von heute! Machen zwei Schüsse aus einer Panzer... Panzerfaustplatz! Und sonst nichts! So! Nein! BAM! Nenn nachladen! Ich hab dir bemerkt uns! Ja! Der bemerkt uns! Gott sei Dank! Das war ja nochmal knapp! Zwei übrig! Danke! 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 Der Herr von Stalingrad! Ich fühl mich geschmeichelt! Auch wenn ich in Stalingrad mehr Glück als Verstand hatte! Wahrscheinlich trifft das auch hierzu! Aber... Was Resnoff nicht weiß, das macht ihn nicht heiß! Auf die Art! Hä? Und schießt du? In den Boden! Hm! Immer schön in den Boden! Achso! Wir verstecken sich hier im Kornfeld, willst du mir sagen! Kornfeld ist guten Molotow! Nein! Nein! Ja! 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 Schön! Das ist ja echt mal beschissen! Gott sei Dank! Haben sie schon hier... So! Ja! Hier alles... Wegmachen! Was? Schon wieder! Aber schon keiner Granate! Das ist ja echt mal beschissen! So! Wir lassen diese Typen jetzt da einzeln! Liegen aber! Nein! Nein! Ja! Ich wollte eigentlich auf die Panzerfaust wechseln! Für alle, die fragen, was hat der Hempel jetzt gemacht? Und was soll dieser Trottel? Und wenn ihr euch fragt, was sollen wir bei diesem Trottel? Dann soll ich euch ein bisschen Spaß haben! Ein bisschen sehen, wie man verreiktet beim Weltkrieg! Und vielleicht später auch bei Shooter! Bei anderen Shootern! Ja! Oder bei Juggeron Games! Oder... Ich hab's schon mal geschafft, bei den Sims zu verrecken! Bei den Sims! Ja! Bei den... Ach so friedlichen Sims habe ich dich geschafft zu verrecken! Warum verreckt dieser Patzer nicht? Jetzt! Einer übrig noch mehr! Sehr schön! Eigene Wache! Ja! Ja! Was soll denn an ihren Schweißarmen verrecken? Also ich hör das grad echt ziemlich leise, den Rest noch von allen! Halt die hier, die dabei sind, echt leise! Und deswegen... Ich wundere, wenn ich mal was nicht verstehe, was ihr hundertprozentig versteht! Ich werde den Ton am Zug auftreten! Und bei der nächsten Aufnahme die Untertitel einfügen! Aber das... Ich muss... Da gibt's nur ein paar Folgen... Um das Wochenende... Na! Nichts! Molotow werfen! Um das Wochenende zu überbrücken! Demnach... Ah! Vielleicht können wir sogar ein paar Deutsche mitnehmen! Kuss! Bam! So! Bah! Boom! Boom! So! Jetzt können wir... Ah! Muss in Nahkant wieder! Scheint einer von uns gestorben zu sein! Schade! Wie das heißt, er hätte ich noch ein letztes Event! Aber wir kennen den Salven nicht! Nein? Ja! Schnell! Wie ich sehe, bist du zielsicher wie er und wir! Von dieser Mann könntest du viel nach! Ist die Galate jetzt nicht vorher schon explodiert oder hat der Matyrium drin? Aber... Ja! Matyrium geht mir so auf den Sack! Matyrium geht mir so auf den Sack! Prokowski! 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 Oder wie du heißt! Ich hasse Matyrium! Nicht! Dimitri! Wie ich sehe, bist du schon tot! Ja! Bin ich! Von dieser Mann könntest du viel lernen, Schein! Danke, Danke! Nein! Diese Feindlinge verstecken sich, aber wir werden sie finden! Nein! Nein! Panzer! Panzer! Nein! Nein! Schnell! Nein! Und keine Arten noch! Was soll die Scheiße! So! Ihr Deutschen! Das war für diesen Hinter... Das ist für diesen Hinterhalt! Ich soll jetzt wieder schön normale Waffen aufnehmen, weil ich hoffe, das war's jetzt auf mir. Na, Freude würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ganz anders. Und ich bin jetzt kein Deutscher Nasser. Ja, noch viel mehr. Ja, Pause. Ja, Aufnahmepause wäre schön. Aber ich erinnere mich noch dunkel, dass es noch weiter ging in der Mission. Und wie es ausschaut, ist es auch so. Nicht? Misch-Chel-Nov und Put-in-Nov-Factory Nummer 279 T-34-Panzer. Ja, mit einem schönen Stück russischer Ingenieurskunst fahren wir hier mit. Und können nichts machen, können nichts abspielen, können die Leute im Panzer nicht ein bisschen Ärger in den Team den Molotow reinschmeißen oder so. Haha, naja. Oh, Scheißer. F, F, F vom Panzer. Das ist gut. BAM! Und gerade rechtzeitig. Schnell! Welche Türme? Und mit was? Und was soll der Scheiß? Oh, scheinbar müssen wir jetzt wieder mit der Panzerfaust. Also, ich werde diese Folge vielleicht nennen. Mit der Panzerfaust. Ja, warum hat der nicht getroffen? Kann mir das einer sagen. Der da ist Hops. Und der da ist immer noch nicht den Unten. Ach, sehr danke. Wollte gerade schon sagen. Und der... Ah, das war ein bisschen zu spät reagiert. Ah, ich liebe diesen Sound von der MP40. Also, ich werde sicher noch ein paar... Ich werde eh bald Call of Duty Gameplays anfangen. Vielleicht hat es das erste schon gesehen, wenn diese Folge läuft. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange ich aufnehme. Ich habe die Ruhe vergessen, neben mich zu stellen. Aber die Kataten haben nicht vergessen, dass sie neben mich fallen müssen. Um mich schön zu ärgern. Mit ständig Leertaste. Ach, Chernoff, ich hätte dich fast angezündet. Und nicht dazu. Ach, die Fazit am PC ist so stark. Ich habe Angst. Ach, ich verrecke. Ich verrecke. Ich spüre das, wenn ich jetzt aufstehe. Ich verrecke. Oh, scheinbar nicht richtig gefühlt. Boah, Quad-Feed. Quad-Feed. Ja, ich rede ein bisschen in Kommentatoren-Sprache. Aber ich schaue mir gern Kommentatoren an. FIE! 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 Hat einer von euch schon mal in meine Schaut da mal vorbei Box? Äh, Schaut da... Gibt's immer... GONG, GONG! GONG! Ja, und! Natürlich GONG! Und wenn mich nicht alles täuscht, auch Saga, Saga! Aber die zwei schaue ich halt einfach gern an, und... BAM! Aber eigentlich bin ich so mehr ein bisschen der Kommentator-Let's-Player-Mischtyp. Ja, ich bin kein Wintertyp. Ich bin nochmal die Frau, die hier auf Touristen schießt. Auf deutsche Touristen mit Maschinenpistolen. Und was mache ich jetzt? Ich bin schon wieder so viel am Labern, dass ich überhaupt nichts Sinnvolles mehr zu stande bin. Aber das war sinnvoll. Ohne es war schmerzhaft. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir behalten die Panzerfaust noch ein bisschen. Zumindest. Für was ständig bereit machen? Das Vidania, du Schwein! Sehr schön. Gut gesagt. Und jetzt weiß ich, warum wir die behalten sollten. Bam! Und ich weiß, dass hier gleich einer um die Ecke kommt. Also halte ich meine Messertaste bereit. Und den einen messern wir jetzt. Okay. Den nächsten, den wir über den Weg laufen messern wir. Und das reicht jetzt schon mit Messern. Das werde ich sicher gleich mit meinem Leben bezahlt haben. Glaube ich. Nämlich. Wirklich. Stark. Ich muss mich grad voll konzentrieren. Also, da war jetzt nicht viel zu quatschen. Okay. So, jetzt könnte ich wieder ein bisschen was wunderbar haben. Auch wenn einfach nichts kommt. Vor allem nichts Sinnvolles. Ja, was kann man für ein sinnvolles Thema anschauen? Politik! Aber scheinbar... Ja, können wir doch ein paar Deutschen einheißen. Und... Schauen Sie die flinken Deutschen aus. Schaut mir sehr nach am Ende der Mission noch aus von der Musik. Okay. Wenn die Mission vorbei ist gleich, dann verabschiede ich mich. Ich lass Resten uns nochmals schnell seine Abschiedsrede halten. Und... Tschüss! Genau. Tschüss!